Aufnahmestart. So, da sind wir. Alles geht aus. So. Aber jetzt rede ich nicht mehr. Ich bin schüchtern. Ich habe sogar mehr Paragon als Best Genaid in der neuen Season. Der hat nur 6342. Boah, was ein Noob, ey. Da muss man mehr spielen. Ja, aber der hat ja auch in letzter Zeit viel Wurzen oder eben auch D2 gespielt, was ich auch sehr lustig fand, zuzugucken. Habe ich in letzter Zeit komischerweise aber auch. Ich hatte das als Kind, sage ich jetzt mal, habe ich das nie durchgespielt. Ich kannte den ersten Akt irgendwann auswendig bis zu einem bestimmten Punkt. Und keine Ahnung, das war halt sowas, ich hatte so eine CD mit so einem Spiel drauf, das konnte ich anmachen, konnte ich mal reingucken, mal ein bisschen gespielt, dann ist das wieder in Vergessenheit geraten. Und dann ein Jahr später oder was, ach guck mal, hier ist ein CD, ich glaube, da ist ein Spiel drauf, guck mal, was das ist. Und dann so, ach, da erinnerst du dich dran. Weißt du? Ich habe dir auch noch komplett hier D2 mit dem Add-on komplett als CD liegen. Ja, im Original habe ich das nicht, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Damals, als ich das gespielt habe, das war ja nicht neu, das war ja auch schon zehn Jahre alt oder sowas, als ich das dann gespielt hatte, weil irgendjemand auf Arbeit mich da drauf gebracht hat und da gab es ja halt im, ach, hier dieses ähm, ja, wie heißt denn das, in der Packung für 15 Euro oder irgendwie sowas gab es das dann irgendwie da als, als ähm, Klassiker oder irgendwie sowas. Also, sie haben schon mal Verspätungen, wie immer. Richtig geil. Nichts Neues. Ja. Und was war mit dem Launcher? Ich habe gehört, Leute kamen nicht in den Launcher rein. Das Problem hatte ich nicht. Ich auch nicht. Ich hatte die Meldung von wegen, ey, ist... Ja, genau. Wir wissen, dass wir da Probleme haben, aber ich kam trotzdem rein. Und ich habe auch in Asien schon gespielt, kein Problem in der Season, aber äh, also richtige Probleme hatte ich nicht. So, ich muss... Ich kann noch nicht auf saisonaler Held klicken. Namen habe ich schon vergeben. Hast du? Äh, so, hier, Helden wechseln. Keine Saison... Ach ja, klar, ich kann ja es reinkarnieren, wenn Saison verfügbar ist. Alter, Jesse Rock sagt 7.000 Zuschauer. 7.500 Zuschauer. Rob 500, dann kommt Best Genelte schon mit 196. 7.500? Ja. Hat er nochmal 3.000 zugelegt? Nicht schlecht. Schlecht, schlecht. Superinteressante erste Minuten. Ja, äh, macht Spaß auf jeden Fall. Ähm, Reinkarnation. Annehmen. Echt? Bin drin. Die Saison hat noch nicht begonnen, steht bei mir. Ich kann noch nicht auswählen. Ich schmeiß dich aus der Gruppe, ich kann schon mal anfangen. So, erstellen. Hexen-Doktor. Saisonaler... Ich kann... Saisonaler... Saisonaler Held kann ich nicht machen. Geht nicht. Mach mal alte 4, start mal Spiel neu. Kommen Sie zu. Keine nette Sound. Hast du auch neu gestartet, oder was? Ja, musste ich leider. Weil der Sound nicht auf meinem Headset war. Ah. Auch immer. Pfff. Ah, jetzt kann ich's auswählen. So, was geht mal? Männlich. Mal 1, 2, 3 für den Zollton. Nee, ich glaub, Maße reicht. Was? Du kannst auch gerne T1 probieren. Runterstellen können wir immer noch, ne? Aber... Gut, äh... Speichern. Bereit? Ja, ich bin fertig. Let's go. Aber ich muss noch ein Gefährten anlegen hier. Wie ging das noch? WASD ist Laufen, ne? Was lachst du so? Ich weiß, du hörst. So. Wollen wir den Templer? Komm her, hier. Ach, brauch ich doch gar nicht zurückgeben, die Scheiße hier. Danke, verkaufe ich. Sehr gut. Oh, für mindestens zwei Gold. Ja, das sind zwei, jetzt hab ich vier. Hahaha. 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 So, wo haben wir's denn hier? Ist leider keine. Wir können auch Magda machen. Magda können wir auch machen, ne? Ist sogar... Ich glaube, wir sollten noch nicht leveln, oder? Wo wir da sind. Können wir auch machen, also... Ja, ich... Keine Ahnung. Oh, brunnen wir Reflektionen auch, oder auch? Hahaha. Nötig. Ah, ich könnte ein Problem haben hier. Aber doch nicht. Die lasst mich nicht durch. Ach komm. Da ist noch ein Pool. Au, au, au. Au, au, au. Ei. Die Explosion ist fast nochmal aufgerehrt. Oh, Alter, diese scheiß Schwärme, ne? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, das wollte ich. Ah. Ja, geil. Best genannt ist nur Power God 1. Äh, Level 1, wir sind höher als er. Cool. Hahaha. Hahaha. Oh, 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 oh. Ich bin tot. Oh, oh. Ich auch fast. Ja. Scheiße. Hahaha. 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 Ist halt T1, ne? Äh, wann kriege ich... ...wann kriege ich eine Explosion ab Level 4? Ja, die ist natürlich dafür Magda richtig geil. Ja, lass mal eben holen. Abbrechen. Ja. Ich bin vier. Oh, da gibt's ne Keule. Mal sehen, die besser ist. Ne. Okay. Ey, wir müssen das Herausforderungsportal noch machen. Machen. Ja, machen wir. Ja, machen wir. So, jetzt bin ich hier. Ja, warte mal, ich kann noch die Leichenspinnen nehmen. Sehr gut. Schöne. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ach, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. jetzt muss hier nur einer sterben kann schon halte ich bin fast tot schon wieder ich habe noch 17 nein läuft ja hervorragend stellen wir einen runter ja komm hundel greift hier an da wofür seid ihr denn da müssen wir nicht eigentlich auf die minions gehen und nicht auf sie selber damit die mit einer explosion weggeballert werden können ja ich weiß nicht wohin die spinnen hier laufen das ist das problem 5 ja aber sie steht sehr ungünstig da gerade wenn ich jetzt da ein zwei drei vier kann man mal so machen also bestgenheit der level in den hallen der agonie der solo ne der ist in der gruppe mit barb wd also er ist selber wd monck und dh also schön gemischt alter kommen kommt ich bin gleich wieder tot hier zwei blaue exe gekriegt super 0,2 prozent mehr schaden jackpot 68 prozent mehr schaden aber hier ne armbrust ne so jetzt machen wir mal herausforderungsportal hier komm obwohl ich kann ja erstmal schrotten hier ne geht ja nicht doch oder ne müssen wir erst ein portal machen glaube ich obwohl schrotten kannst du es natürlich ja schrotten ja nicht gleichzeitig doch auch schon ja früher war es mal anders ja genau monaten also das herausforderungsportal ist recht einfach ja todes nova poison nova was habe ich da gelesen gehabt irgendwas leichtes ja sowas in der art nehme ich an werde ich auch spielen einer oben und unten zweite ebene war für den arsch aber die dritte ist glaube ich wieder richtig gut ich muss mich noch gedulden fast gestorben ja ich auch fast realisieren schreien ist genommen hier auf meiner ebene ja level 2 will ich noch ich bin tot das ist das ist das ist siehst du ja okay mit 1400 Paragon bleiben wir auf Meister? ja das liebe ich ja am meisten beim Season Start die Laufgeschwindigkeit oh cool ich hab das Gazing die Mais gekriegt wir können sogar schon eine Sache im Queue packen oder? mhm da werden wir ja was bekommen da werde ich natürlich definitiv auf eine Zweihand gehen mhm ich brauche mehr Zeit ja 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 Schichtschichtschicht Ich glaub ab 12 krieg ich die Heimsuchung. Die ist auch sehr cool. Neue Waffe, sehr gut. Ich hab aus dem, von Kandala, ach von Kandala, von Magdal vorhin an den bekommen. War ich hier nicht auch irgendwo noch so ne Nebenquest, die jetzt nur im März verfügbar war? Ja, das stimmt. Kanais Quest können wir auch machen. Die ist aber genau da hinten auch beim Cube. Dann nach links oben. Perfekt. Ne? Oh, 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 oh. Und Ende März kann man die dann nochmal machen, dann kriegst du auch ne Belohnung. Diese Scorn. Wie so ein bisschen... Also ne neue Transmog ist das dann. Aber ich glaub ich hab die schon, meine ich. Bin mir noch nicht ganz sicher. Alter. Uh, 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 uh. Die kleinsten kleinen Käfer hier sind schon... Ja. Harte Ficker. Nicht mehr tot. Haha. Nur ein paar Leichen, dann machen wir sie weg. Es ist ja gut, dass die ganzen Ratten hier liegen. Ja, ich wollte die mal ein bisschen auseinanderziehen hier. Aua, Alter. Richtig gut getroffen. Ja, wir können ja auch links liegen, lassen diese blöden Rattenviecher ein, die gehen mal auf den Sack, ey. Es sei denn, du killst doch mal ein paar, so dass wir da die, deinen schönen... Ja. Ah ja. Hallo. Das ist auch mein Bestes, aber die sind echt gemein.